Hallo ihr lieben Leute, hier ist wieder Peter von easydav.de. Heute möchte ich euch aufmerksam machen auf unseren dritten Durchgang unseres Intensivcoachings, ein vierwöchiges Intensivcoaching mit unserer Online-Lehrerin Stefanie. Es beginnt am Mittwoch, den 5. Oktober um 19.30 Uhr mit einer Vorbesprechung. Es handelt sich um einen vierwöchigen Intensiv-Deutschkurs oder um ein Intensivcoaching, das für alle Levels offen ist. Also sagen wir mal, du solltest schon im Level A2 mindestens sein. Aber es ist so konzipiert, dass Stefanie dir Materialien, Lernmaterialien zur Verfügung stellt. Du suchst sie dir selbst nach deinem Schwierigkeitsgrad aus und bearbeitest sie. Und du schickst deine Arbeitsergebnisse an Stefanie. Sie liest es und gibt dir sehr schnell individuelle Rückmeldungen. Und einmal pro Woche trefft ihr euch online und besprecht eure Probleme und tauscht euch aus. Und so funktioniert der ganze Vier-Wochen-Kurs. Es ist bereits unser dritter Durchgang. Die zwei letzten waren sehr erfolgreich und die Leute waren sehr zufrieden. Ihr könnt euch ausführlich über diesen Kurs weiter informieren, indem ihr auf den Link in der Videobeschreibung klickt. Also Stefanie wird in diesen vier Wochen mit dir deine Lernroutine thematisieren. Sie wird über langfristige Lernperspektiven sprechen, über deine Motivation und über deine Ziele. Was möchtest du eigentlich mit deinen Sprachkenntnissen erreichen? Und der ganze Kurs hat den Sinn, dass er dich befähigen wird, dass du nach diesen vier Wochen Strategien und Methoden gelernt hast, wie du selbstständig dein Deutsch immer weiter verbessern kannst. Das ist das Ziel dieses Kurses. Und bisher waren die Leute sehr zufrieden damit. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist, aber noch nicht so ganz sicher bist, ob das was für dich ist, dann laden wir dich herzlich ein, schon morgen, den 28.9., Mittwoch, den 28.9., um 19.45 Uhr. Du findest die Informationen in der Infobox nochmal, die genauen und auch den Link zum Zoom-Raum und die Einladung zum Zoom-Raum. Da kannst du kostenlos dich reinschalten und Stefanie wird eine Schnupperstunde geben. Sie wird ein bisschen kostenlosen Deutschunterricht geben und sie wird natürlich alle Fragen beantworten, die noch offen sind, zu diesem Kurs. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt noch sechs Plätze frei. Insgesamt können zwölf Menschen teilnehmen, weil es natürlich eine intensive Betreuung ist im Hintergrund. Ihr trefft euch zwar nicht jeden Tag, aber Stefanie liest und schreibt die ganze Zeit im Hintergrund. Und einmal die Woche, wie gesagt, finden Live-Treffen statt. Und deswegen erachten wir es für sinnvoll, dass der Kurs auf zwölf Teilnehmer beschränkt ist. Sechs Plätze sind zum jetzigen Zeitpunkt noch frei. Dann möchte ich dich darauf hinweisen, dass wir in Zukunft auch weitere Kurse anbieten wollen. Wir haben zwar unseren Deutsch Campus, in dem du jede Menge Materialien zum Selbstlernen findest. Auch dazu findest du nochmal einen Link natürlich in der Videobeschreibung. Am besten meldest du dich einfach mal für den kostenlosen Gedächtnis-Crash-Kurs an. Dann kannst du einen Eindruck dazu gewinnen. Aber dieser ganze Campus-Bereich ist hauptsächlich zum Selbstlernen. Aber wir haben dort natürlich auch jede Woche einen Online-Konversationskurs, der Teil der Campus-Mitgliedschaft ist. Und die Campus-Mitgliedschaft ist wirklich günstig. Das heißt, diese Online-Konversation jede Woche eine Stunde, die ist eigentlich geschenkt. Schau dir das auf jeden Fall mal an. Trag dich dazu einfach ein in unseren kostenlosen Gedächtnis-Crash-Kurs. So, jetzt aber zu unseren weiteren Plänen. Den Campus gibt es jetzt seit etwas mehr als einem Jahr. Es entwickelt sich gut. Wir stehen solide da. Aber natürlich wollen wir auch in Zukunft echte Kurse anbieten. Das heißt, Echtzeit-Online-Kurse. Und dazu wollen wir mal mit einem Probekurs anbieten. Also mit einem haben wir ja schon angefangen. Das war das Next Level Deutsch. Und jetzt wollen wir aber so typische Prüfungsvorbereitungen auch anbieten. Oder typische eben Kurse nach dem europäischen Referenzrahmen. Oder was ihr noch so für Bedürfnisse habt. Und in Zukunft können wir uns dann auch vorstellen, weitere Lehrerinnen oder Lehrer einzustellen dazu. Aber zunächst würde uns interessieren, was ist denn euer Bedarf? Soweit ich weiß, bereitet Stefanie schon mal ein bisschen Prüfungsvorbereitung, so ungefähr ab B2, für das B2-Niveau vor. Aber sie hat jede Menge eigene Ideen, was sie noch anbieten möchte. Und da können dann auch mehr Leute teilnehmen. Und das sind dann schon auch Live-Sessions. Aber es wird noch ein bisschen dauern, bis wir die anbieten. Und vorab würde mich interessieren, was ist euer Bedürfnis? Wenn ihr bestimmte Vorstellungen für Kurse habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, damit wir eure Ideen aufgreifen können. Und dann demnächst uns mit entsprechenden Angeboten melden werden bei euch. Gut, also ich werde in Zukunft öfter mal so ein Update über die Campus-Entwicklung hier auch posten. Auch wenn die Videos dann natürlich nicht mehr so aktuell sind. Also der kostenlose Schnupperkurs findet ja zum jetzigen Zeitpunkt schon morgen statt. Also wenn du es jetzt siehst, wahrscheinlich am gleichen Tag, also am 28.09. Wenn du jetzt später reingeschaltet hast, dann findest du trotzdem, also der Rest der Informationen war ja trotzdem interessant für dich in diesem Video. Und unten in der Videobeschreibung findest du weitere interessante Links zu unseren Angeboten. Also ich freue mich über euer Feedback. Teilt uns euer Bedürfnis mit. EasyDAV.de wird sich in Zukunft noch weiterentwickeln und jede Menge Zusatzangebote noch anbieten. Alles klar. Dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg beim Deutsch lernen. Wenn ihr selbst unterrichtet, findet ihr auch in unserem Campus sehr, sehr hilfreiche und interessante Unterrichtsmaterialien. Ansonsten war es das für heute. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, euch für unseren kostenlosen Gedächtnis Crashkurs einzutragen. Den habe ich heute sogar in meinem Deutschunterricht am Gymnasium benutzt für die Siebtklässler. Ein Video davon, da ging es um Nebensatzkonjunktionen. Ja, das war lustig, dass sie mal ihren Lehrer in einem Online-Seminar haben sprechen hören. Und das könnt ihr natürlich auch benutzen, wenn ihr selbst unterrichtet. Und wenn ihr nicht selbst unterrichtet, lernt ihr natürlich das Gleiche wie meine muttersprachlichen Siebtklässler heute. Gut, das war's. Bis zum nächsten Video. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und natürlich dabei auch die Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt wird. Bis zum nächsten Mal. Das war Peter von EasyDAV.de. Ein Blick auf meine Website lohnt sich natürlich immer. Bis dann. Tschüss.